Es kann natürlich sein, dass Guthaben über 10.000, über 100.000 mitverwendet werden zur Deckung von Bankverbindlichkeiten. Denn es gibt mittlerweile eine Bail-In-Richtlinie der Europäischen Union. Und da können also auch Einleger und Gläubiger der Banken mit zur Kasse gebeten werden, wenn die Bank saniert werden muss. Ja, ich denke, wir sind da. Über 500 Leute angemeldet. Freut mich sehr, dass wir heute Abend nochmal die Möglichkeit haben, so zusammenzukommen virtuell. Für Anlagetrends für das Anlagejahr 2024 kommt die neue Bankenkrise. Das ist mein Thema und darüber werde ich in der nächsten halben, dreiviertel Stunde referieren und mal schauen, ob wir auch noch Fragen annehmen können. Also, los geht's, kommt die neue Bankenkrise. Herzlich willkommen und wir starten. Ich möchte Ihnen vier Anlagetrends vorstellen, die wir auch bei unseren Fonds natürlich in den Investmententscheidungen berücksichtigen, beziehungsweise sie sogar Basis unserer Investmententscheidungen sind. Wir machen hier natürlich Aktienanlage, der übliche Disclaimer. Aktien können schwanken, langfristig wollen wir den Wert steigern, aber sie sollten drei Jahre mindestens besser fünf Zeit haben, denn die Börse schwankt. Also, unsere Fonds eignen sich für den langfristigen Vermögensaufbau, für den sicheren Vermögensaufbau, aber Schwankungen sind da. Kommt die neue Bankenkrise. Es hat ja gewackelt kräftig, also die Banken verdienen gut und die Zinsen steigen, was einerseits ganz gut ist für die Verdienstmarge, man kann wieder höhere Preditzinsen nehmen, aber was natürlich passiert ist, dass in den Bankbilanzen Anleihen abgeschrieben werden müssen. Und diese Grafik habe ich aus Wikipedia oder Wikimedia und Sie sehen ja auf der linken Seite die Aktivseite in grün und auf der rechten Seite in orange die Passivseite. Die Aktiva sind ja die Vermögenswerte und Vermögenswerte minus Passiva, also minus Verbindlichkeiten, ergibt das Eigenkapital. Und in den Vermögenswerten der Banken sind natürlich viele, viele Anleihen. Staatsanleihen, aber auch Unternehmensanleihen. Und die Kurse von Anleihen fallen, wenn die Zinsen steigen. Und das heißt, dass diese Wertpapiere unter Umständen abgeschrieben werden müssen oder teilabgeschrieben werden müssen. Und dann ist das Eigenkapital schnell weg. Also die potenziellen Kursverluste, die da sind, die sind ein Vielfaches des Eigenkapitals. Markus Krall hat vor vier oder fünf Jahren schon gesagt, wir haben neue Stützungsmaßnahmen gehabt, wir haben neue Staatswirtschaft gehabt und damit geht es weiter im Bankenbereich. Markus Krall ist purer Marktwirtschaftler, er ist liberal, libertär und ich bin ja politischer Ökonom und mir war es relativ klar, dass diese Bankenkrise damals nicht kommen würde, weil sich die Staaten etwas einfallen lassen werden, um das System weiterlaufen zu lassen. Es trifft vor allem kleine und mittelständische Banken. Hier sehen Sie zwei Market-Indizes aus den USA, Nasdaq Index und SPDR, Regional Banking ETF. Und da haben wir schon deutliche Kursverluste. Wir haben übrigens eine Bank im Portfolio, die entwickelt sich im Moment ganz gut, aber das ist die Ausnahme, sonst halten wir uns von dem Sektor fern. In der Finanzkrise sehen Sie hier den Berg, das sind die Bankinsolvenzen und der jeweilige Kreis zeigt, wie groß die Insolvenz war. Und 2008, 2009, 2010 war das ein ziemlicher Berg und es waren ziemlich viele Banken, die tatsächlich in die Insolvenz gingen. Und jetzt in diesem Jahr waren es nur drei, aber diese drei sind sehr, sehr groß. Das ist die Silicon Valley Bank, die First Regional und die Signature Bank, Kalifornien. Die waren im Venture-Kapital-Bereich tätig und die mussten gerettet werden. Da ist also die amerikanische Bankenaufsicht reingegangen. Und auch in Deutschland ist eine Bank, die gerettet werden musste, das ist die VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden. Und ich kenne die Bank sogar, denn ich habe da vor zehn Jahren mal einen Vortrag gehalten. Und man war da relativ locker mit der Kreditvergabe und das scheint mittlerweile dieser Bank auf die Füße zu fallen. Stefan Effenberg hat da Werbung gemacht, vor einigen Jahren noch. Also diese Bank muss gerettet werden. Der gesamte Vorstand ist zurückgetreten, der gesamte Aufsichtsrat ist zurückgetreten. Sie ist jetzt unter BaFin-Kontrolle. Aber das ist auch das Muster für weitere Banken-Failures oder Banken-Insolvenzen. Es werden keine Banken in die Insolvenz gehen. Die Bankenaufsicht wird reingehen, man wird sie mit Staatsgeldern retten. So wie also jetzt schon die Staatsgelder für alles Mögliche verwendet werden, von Ukraine-Hilfen bis zum Klimawandel, sind wir in einer Transformation des Wirtschaftssystems. Aber es kann natürlich sein, dass Guthaben über 10.000, über 100.000 mitverwendet werden zur Deckung von Bankverbindlichkeiten. Denn es gibt mittlerweile eine Bail-In-Richtlinie der Europäischen Union. Und da können also auch Einleger und Gläubiger der Banken mit zur Kasse gebeten werden, wenn die Bank saniert werden muss. Also große Einlagen sind nicht mehr sicher, bis 100.000 das geht. Aber nichtsdestotrotz sollten Sie da Vorkehrungen treffen. Das System läuft weiter. Große Geldeinleger und Anleger sind dennoch bedroht. Es ist ja so, dass in diesem Endstadium des jetzigen Wirtschaftszyklus einfach zu viel Geldvermögen da ist. Und Geldvermögen trifft es als erstes. Jetzt durch die Zinsanstiege bei den Anleihen, das schlägt natürlich auch auf die Rentenversicherungen durch, auf die Privaten, das schlägt auch vieles durch. Und es kann eben auch sein, dass größere Geldsummen bei Banken herangezogen werden zur Deckung von Bankinsolvenzen bzw. Bankverbindlichkeiten, um die Insolvenz nicht stattfinden zu lassen. Dann ist es eben eine geplante Reorganisation, eine Restrukturierung der Bank. Lösungen, mehr Bargeld und Edelmetalle, wenn Sie schon länger hier dabei sind, ist das nichts Neues. Aber bitte nicht zu viel, denn auch Bargeld, wenn Sie das sich überlegen, hat auch Risiken. Es kann geklaut werden, es kann physisch vernichtet werden, es kann viel mit Bargeld passieren, es kann eingeschränkt werden, was ja schon der Fall ist. Auch die Edelmetalle, da kann dasselbe passieren. Ja, das ist beides gut als Versicherung, das hat man, um darauf zugreifen zu können. Aber wenn Sie ein bisschen was an Vermögen haben, dann sollte das nicht alles in dieser Assetklasse sein oder in diesen beiden Assetklassen, sondern dann muss das Geld auch für Sie arbeiten. Sie können die Banken diversifizieren, aber auch da stößt man dann irgendwann an Managementgrenzen. Wenn wir fünf, sechs Banken, das ist ja auch unhandlich, also zwei, selbstverständlich auch eine im Ausland, das wäre gut. Also wir arbeiten sehr gut mit Lichtensteiner Banken zusammen. Lichtenstein ist absolut clean. Mittlerweile, es gab ja auf 2008 da ein bisschen Aufregung, Per Steinbrück wollte die Kavallerie hinschicken, der damalige Finanzminister, so hat er sich ausgedrückt. Mittlerweile hat Lichtenstein seine Hausaufgaben gemacht. Das Land hat keinerlei Staatsschulden. Die Banken sind vor allem vermögensverwaltende Banken, haben also kein risikobehaftetes Kreditportfolio. Also wenn Sie auch aus Deutschland raus diversifizieren, wäre das eine Möglichkeit und da kennen wir natürlich gute Banken. Also raus auch aus Bankbilanzen, rein ins Sondervermögen. Was sind Sondervermögen? Sondervermögen sind Ihre Aktien, sind auch Ihre Anleihen, wenn Sie Depots haben. Die Banken verwahrt die Bank nur für Sie, die können nicht zur Deckung von Bankinsolvenzen, zur Bedienung von Gläubigern genommen werden. Und dann gibt es natürlich die Fonds. Die Fonds sind auch Sondervermögen, die werden genauso wie Einzelaktien von der Bank für Sie verwahrt. Aber sie sind nicht Vermögen der Banken, sie sind nicht in den Bilanzen der Banken. Das heißt, sie werden auch im Insolvenzfalle nicht betroffen sein. Also Wertpapiere, Fonds wäre eine Möglichkeit, die Möglichkeit raus aus den Bankbilanzen zu gehen. Welche Investmenttrends prägen das nächste Jahr meiner Meinung nach? Wir haben vier davon. Wir haben den Weltsystemcrash, der immer noch stattfindet und das Fourth Turning, die vierte Zeitenwende. Ich komme gleich darauf. Wir haben die Deglobalisierung. Wenn Sie schon ein Webinar mit mir gesehen haben, dann ist das nichts Neues. Ich habe 2006, in der Crash kommt, zum ersten Mal gesagt, dass wir eine Zeit der Deglobalisierung bekommen werden. Und damals war ich ganz weit draußen. Das hat, da wurde sogar dann die Stirn gerunzelt, weil die Globalisierung als Naturgesetz galt. Wir werden immer globaler, es wird alles immer vernetzter. Ja, vernetzter werden wir, aber wir haben eine Re-Regionalisierung. Wir haben eine Oligopolisierung und Vermögenskonzentration bei den sehr Vermögenden, immer noch. Dieser Trend ist ungebrochen durch die ganzen Krisen hinweg. Und auch die Ampelpolitik wird sich fortsetzen, auch in einer möglichen neuen Regierungskoalition. Denn im Prinzip ist es ja so, alle gegen einen im Bundestag oder vielleicht alle gegen eineinhalb. Die Linke, wenn sie denn wieder reinkommt mit Sarah Wagenknecht, mal sehen, wie die sich positioniert. Aber alle haben ja eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen. Das heißt, auch wenn Friedrich Merz oder wer auch immer, wenn die Union in Regierungsverantwortung käme, würde sich nicht viel ändern. Die haben sich alle miteinander angeglichen. Also haben wir leider in Deutschland mit größter Wahrscheinlichkeit weiter diese verheerende Politik für unser Land. Zum Weltsystemcrash kann ich heute aus Zeitgründen nicht so viel sagen. Das habe ich auch oft genug. In diesem Buch habe ich es auf 640 Seiten dargelegt. Wir haben die zunehmende Verschuldung. Wir haben den Aufstieg Chinas und den relativen Abstieg der USA. Das ist natürlich ganz, ganz, das ist der entscheidende Trend, der uns prägt über diese Jahre, auch die nächsten Jahre. Das führt auch zu Konflikten auf der Welt. Das Weltsystem ordnet sich neu. Die amerikanische Führungsrolle bröckelt. Wir haben einen Abstieg der Mittelschicht und wir haben einen Überwachungskapitalismus und totalitäre Tendenzen leider. Das ist in Kurzform der Weltsystemcrash. Der Weltsystemcrash muss kein Börsencrash sein. Er wird kein Börsencrash sein, meiner Meinung nach. Also kein neues 1929. Da ist der Titel auch teilweise falsch verstanden worden. Es geht hier um Krisen, Unruhen und die Geburt einer neuen Weltordnung, wie der Untertitel sagt, und nicht um Finanzmarktkrisen. Ich denke, wir rutschen immer weiter in eine administrierte Wirtschaft. Die digitalen Zentralbankwährungen sind auch ein Teil dessen. Also, dass die Wirtschaft immer mehr gelenkt und gesteuert wird. Der Green New Deal, das hat natürlich viele Nachteile, aber das heißt auch, dass die Börsen nicht frei kollabieren werden. Oder in diesem Buch von William Strauss und Neil Howe wurde schon 1997 auch eine vierte Zeitenwende vorausgesagt. Und die Herren haben letztlich gesagt, die nächste Zeitenwende wird kurz nach Beginn des neuen Jahrtausends beginnen. Irgendwann im Jahr 2000 löst ein plötzlicher Funken eine Krisensituation aus. Irgendwann bevor das Jahr 2025 erreicht wird, wird Amerika durch ein Tor der Geschichte schreiten, vergleichbar mit der amerikanischen Revolution und dem Bürgerkrieg und dem Zweiten Weltkrieg. Also diese Herren haben vor fast 30 Jahren auch eine solche Zeitenwende vorausgesagt. Auch da habe ich ein Vorwort geschrieben zu diesem Buch. Es ist letztes Jahr neu rausgekommen. Ich kann da heute nur sehr kurz drüber berichten. Während die Anführer oder politischen Führer einst geneigt waren, politischen Druck zu senken, werden sie nun erhöhen. Statt Probleme kleinzureden und werden sie nun von den politischen Führern übertrieben. Statt Lösungen aufzuschieben, werden diese beschleunigt angegangen. Statt Diversität zu tolerieren, fordern die Führer Konsens. Das sehen wir jetzt. Oppositionsparteien werden angegriffen. Trump ist gerade aktuell in Colorado vom Wahlzettel ausgeschlossen worden, wo sogar sein Rivale, der Robert F. Kennedy Jr., auch ein unabhängiger Kandidat, der von den Demokraten kommt, gesagt hat, wenn das in einem anderen Land passiert, dass Kandidaten ausgeschlossen werden, sagen wir, das ist keine echte Demokratie. Jetzt machen wir es selber. Also wir sind auf einem sehr unguten Weg. Es muss totalitärer, es muss herrschaftlicher werden, bevor es besser wird. Dann, das lange Tauziehen der Parteien endet und mit ihm die Zeit der gespaltenen Regierungen. Die Gewinner besitzen nun die Macht, um die radikale Agenda zu verfolgen, vor der sie lange geträumt und von der ihre Kontrahenten eindringlich gewarnt haben. Das Regime, schreiben diese beiden Amerikaner, wird sich für die Dauer der Krise etablieren. Unabhängig von ihrer Ideologie wird die neue Führung ihre staatliche Autorität behaupten und private Opfer verlangen. Wir sehen das jetzt. Wir sehen es darin, dass Robert Habeck sagt, wir müssen halt für die Ukraine frieren, wir müssen Opfer bringen für die Ukraine, wir müssen Opfer bringen für den Klimawandel. Also wir bekommen ein sehr staatlich gelenktes System unter grüner Ideologie. Und im Krieg kann man das natürlich am leichtesten umsetzen, dann haben wir Kriegswirtschaft und da sind dann natürlich Dinge möglich, die im Frieden nicht möglich sind. Damit müssen wir einfach rechnen. Die Kosten zahlen die Bürger, der CO2-Preis steigt schneller als gedacht, also Autofahren, Heizung, es kommt eine Plastikabgabe, Flugbenzin wird auch in Deutschland nun besteuert, das ist weg. Also im Prinzip alles, was Mobilität, Eigenheim und so weiter angeht, wird besteuert. Der Bonus auf E-Autos entfällt kurzfristig, natürlich eine verheerende Politik, wenn man das fördern will. Und auch der Geschwindigkeitsbonus für schnelles Bauen soll gestrichen werden. Die Bundesregierung ist weit weg von den 400.000 Einheiten, die sie produzieren lassen oder bauen lassen wollte. Also im Prinzip hat sie kapituliert, wir werden beim Bauen weitere Rückschritte haben und Vergünstigungen werden aufgestrichen für Wohnungsneubau. Und all das belastet natürlich vor allem die Bürger, mit Ausnahme der Politiker, die müssen das meiste nicht bezahlen, das zahlt ihnen dann der Staat. Und auch das ist etwas, was ich im Weltsystemcrash vor vier Jahren vorausgesagt habe. Es wird keine Deflation geben, kein Börsencrash, der vernichtet ja Finanzvermögen der sehr Vermögenden, sondern es wird über Steuern, Abgaben und Gebühren kommen. Wenn Sie also ziemlich weit hinten schauen im Buch, da habe ich das ziemlich genau ausgerechnet, was die Kosten für die Bürger sind. Und das ist ja sehr asymmetrisch, die Staatswirtschaft belastet die Mittelschicht und den Mittelstand, aber auch die Bezieher niedriger Einkommen. Die werden natürlich vor allem durch die Inflation geschröpft. Industrie, also Deutschland macht eine Anti-Industrie-Politik schon lange und auch die Banken durch zunehmende Regulierung. Die grüne Lobby, auch die Waffenlobby und auch bei Staat und öffentlichen Institutionen beschäftigte Personen, die profitieren. Ja, das sind so einige Auswirkungen des Weltsystemcrashs, aber wir haben eben auch in diesem Zusammenhang die Deglobalisierung. Und das heißt einmal eine Entdollarisierung und Entkoppelung. Russland und China nähern sich an. Man könnte sogar sagen, dass wir Russland in die Arme Chinas getrieben haben. Syrien ist wieder in die Arabische Liga aufgenommen. Es gibt eine große Versöhnung zwischen Saudi-Arabien, Syrien, Iran und so weiter. Also die alten Spaltungen dort verschwinden langsam. Man merkt, dass vielleicht die Intervention ausländischer Mächte und hier vor allem der USA nicht so gut ist für die Region. Der Krieg im Irak hat ja, der aufgrund von nicht vorhandenen Massenvernichtungswaffen begonnen war, also aufgrund einer Lüge, hat ja eine Million Menschenleben gekostet im Irak und angrenzenden Ländern. Und wir haben dann natürlich auch eine Entdollarisierung. Die Staaten in Asien und im Nahen Osten sowie in Südamerika beginnen sich vom Dollar zu lösen. Der amerikanische Krisenökonom Roubini, der auch die Krise 2008 vorausgesagt hat, hat gesagt, die Entkoppelung der Wirtschaftsräume findet längst statt. Die amerikanische Führungsrolle wackelt. Zwischen 1991 und 2021 ist das chinesische BIP um 4.500 Prozent gestiegen und das der USA nur um 280 Prozent und das Deutschlands um 130 Prozent. Man sieht also, dass Deutschland überhaupt nicht mehr vorne mitspielt, auch nicht im Wachstum. Wir können uns das schönreden, aber Deutschlands Abstieg dauert schon eine ganze Weile an. Das heißt für unsere Investments, wir bleiben im amerikanischen und westlichen Einflussbereich keine Investitionen in chinesische Aktien. Wir bewerten Unternehmen auch auf politische Risiken und Abhängigkeiten, unter anderem vom chinesischen Markt. Und das heißt, wir werden auf etliche Chancen verzichten. Wir werden auf etliche Chancen verzichten, Investmentchancen in Ländern, die eben nicht im westlichen Einflussbereich sind. Weil die politischen Risiken in dieser Situation unüberschaubar sind. Wir haben Lehrgeld bezahlt, vor vier Jahren haben wir die Gazprom-Aktie gekauft, vor dreieinhalb, vier Jahren. Und das ist ein super Unternehmen, es verdient so viel Geld wie nie. Und der Export boomt halt nicht mehr nach Deutschland, sondern nach China. Gazprom geht es blendend, aber wir als Aktionäre haben nichts davon, weil die Aktie durch die Sanktionen gesperrt sind. Und wir wissen nicht, ob und wann das sich jemals ändern wird. Die Bankenlandschaft weltweit ist in großer Aufruhr. Es gibt viel Bewegung und die Menschen fragen sich, ist mein Geld auf meiner Bank heute noch sicher? Und genau zu diesem Thema haben wir einen Spezialreport verfasst, wo Sie genau erkennen können, welche Bank heute noch sicher ist, welcher Standort eigentlich noch sicher ist und wie Sie Ihr Geld sicher und rentabel in der aktuellen Zeit anlegen können. Wenn das für Sie interessant ist, gehen Sie bitte unterhalb des Beitrags auf den Link und laden sich diesen Report kostenlos herunter. Damit haben wir gesagt, das war uns eine Lehre. Wir machen nichts, was von politischen Risiken betroffen ist. In dem Jahr, wo dann die Sanktionen waren, also 2022, ist dann die Gazprom-Aktie natürlich auch massiv eingebrochen. Das hat unsere Performance um insgesamt circa drei Prozent gemindert. Das ist ja der Vorteil am Fonds. Klar, Sie können einzelne Aktien, wenn so etwas passiert, dann brechen die massiv ein, aber es ist ja nur eine Aktie von circa 25 Positionen im Fonds. Wir haben relativ konzentrierte Aktienportfolios, also um die 25 Positionen, weil wir schon sagen, also jede Aktie soll auch einen Beitrag liefern. In anderen Fonds großer Gesellschaften sind 60, 80, 100 Positionen drin. Das machen wir nicht. Wir wollen streuen, aber nicht zu viel streuen. Da haben wir das Thema Oligopolisierung und Vermögenskonzentration. Das hat uns in diesem Jahr richtig geholfen. Denn vor anderthalb Jahren gab es die Diskussion, ob sich nicht langsam der Run bei Big Tech, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet gelegt hätte. Die Titel, die Marktkapitalisierung dieser Werte war schon sehr groß. Die KGVs waren ziemlich hoch, 25, 30, teilweise 35. Das war nicht mehr billig. Und wir haben damals bewusst überlegt, wir behalten diese Titel drin im Portfolio. Das war Ende 2021 und dann auch Anfang 2022. Da haben wir uns Gedanken gemacht. Wir haben die Titel behalten und sie sind in diesem Jahr massiv gestiegen um 30, 40, 50 Prozent. Sie haben unsere Performance gezogen. Und das hängt mit einem insgesamt gesellschaftlichen Trend zusammen, dass die Starken immer noch stärker werden und die Schwachen schwächer. Das sich also immer mehr konzentriert, sowohl bei den Unternehmen, Alphabet oder Microsoft, die kaufen dann einfach kleinere Tech-Unternehmen auf. Deswegen ist es auch nicht so sehr die Zeit der Start-ups. Und die Start-ups werden durchfunktfinanziert. Die gehen oftmals nicht an die Börse, bevor sie nicht richtig groß sind. Und da fließt viel Private Equity, viel privates Geld rein. Und dann gehen sie erst an die Börse, dann sind sie ziemlich groß. Also wir haben einen Konzentrationsprozess. Die großen Unternehmen werden größer. Und wenn man das sieht, ich habe da eine Grafik zu, da haben sie auf der unteren Aktie die Vermögenskonzentration der 500 größten Unternehmen, das ist also der S&P 500. Und oben rechts ist es mehr konzentriert und links ist es weniger konzentriert. Also rechts mehr, links weniger. Und wenn Sie dann die Jahreszahlen sehen, das geht zwar ein bisschen hin und her, aber es bewegt sich stetig nach rechts, also in Richtung größerer Konzentration innerhalb der Börsen. Sprich, immer weniger Unternehmen haben immer wichtigere Rollen. Wir haben da eine Oligopolisierung. Ich meine, sogar Wladimir Ilyich Lenin hat das 1910 schon kritisiert als die letzte Phase des Finanzkapitalismus. Zwischendurch ist die Welt wieder anders gelaufen. Aber im Moment haben wir wieder so Konzentrationstendenzen wie nach 1900, wo auch in den USA die Trusts, also Rockefeller, Vanderbilt, JP Morgan usw. immer mehr Macht an sich gezogen haben. Und das passiert auch deswegen, weil die Politik im Moment recht machtlos ist. Man hat das Gefühl, die Politiker werden von Lobbyisten gesteuert. Aber das mal für das Investieren hat das die Konsequenz, dass man weiter auf große Unternehmen setzt, weil die Großen stärker werden. Und auf der linken Achse, also auf der Y-Achse, sehen wir die Vermögenskonzentration der reichsten Amerikaner. Und die steigt auch. Also das ist alles auf so einem Korridor von links unten nach rechts oben. Wenn nach oben steigt die. Und das hat eben damit zu tun, dass diese Amerikaner überwiegend große Aktienportfolios halten. Und wenn sich die Aktien der großen Unternehmen weiterentwickeln und immer mehr Anteil des Gesamtmarktes nehmen, dann steigt auch das Vermögen derjenigen, die diese Aktien halten. Konsequenz ist, wir sind überwiegend in großen Standardtiteln. Also große Standardtitel, westlicher Einflussbereich. Ja, die Ampelpolitik wird sich fortsetzen, auch in einer möglichen neuen Regierungskoalition. Daran habe ich eben erläutert, also auch wenn die CDU dran käme, würde sich nach meiner Meinung nicht sehr viel ändern. Ich war ja 30 Jahre lang Mitglied dieser Partei. Letztes Jahr gab es da ja einige Entwicklungen. Das ist ja bekannt. Aber die CDU wird da nichts dran ändern. Auch ein Herr Linnemann, ein Herr Merz werden da nichts dran ändern. Sie werden letztlich eine grün, eine hellgrüne Politik machen. Und nichts anderes. Wenn wir da zurückgehen, in das Jahr 2006, da schrieb ein Gabor Steingart, damals noch Chefredakteur des Spiegels, dann hatte er den Steingart Morning Briefing, hat er ja immer noch, hat da viele Leute beschäftigt, ist irgendwann beim Spiegel ausgeschieden. Ein Buch, Weltkrieg um Wohlstand. Dieses Buch war gut. Es wird aber gar nicht mehr verlegt. Und warum? Könnte man sich fragen, weil dieser Titel viel zu nah an der Wirklichkeit ist. Wohlstand wird mittlerweile auch durch das Mittel von Kriegen verteilt. Wenn im Ukraine-Krieg Nord Stream 2 gesprengt wird und damit Deutschland von russischem Gas abgeschnitten wird und teures Gas in Amerika kauft, ist das ein Vermögenstransfer nach Amerika. Wenn Deutschland der Ukraine Geld schickt und die Ukraine Waffen kauft aus Amerika auf Kredit, ist das auch ein Vermögenstransfer. Die Amerikaner machen es sowieso so ähnlich wie im Zweiten und Ersten Weltkrieg. Sie leihen der Ukraine Geld und wollen das dann irgendwann bezahlt haben. Oder sie lassen sich Konzessionen geben. Und so geht es weiter mit dem Weltkrieg um Wohlstand. Huawei wurde aus vielen westlichen Ländern rausgedrängt, weil die Amerikaner da Konkurrenz sehen. Aber auch die deutschen Unternehmen werden rausgedrängt. Das ging eigentlich auch schon vor langer Zeit los. Zum Beispiel mit dem Dieselskandal, der natürlich, ein sogenannter Skandal, der dann hochgepusht wurde, der der deutschen Autoindustrie natürlich massiv geschädigt hat und sehr gut war für die Amerikaner. In Amerika werden kaum Diesel gebaut, die haben Benzinautos, aber sie haben sehr schmutzige Diesel-Trucks. Und natürlich haben die Amerikaner für ihre Diesel-Trucks Ausnahmegenehmigungen. Das heißt, dieser Dieselskandal betraf dann nur deutsche Pkw-Hersteller. Und so ist im Moment eine sehr starke politische geführte Kampagne um Wohlstand da. Also im Moment lässt sich eben die internationale Politik nicht mehr vom Wohlstand und vom Handel trennen. Und dafür ist es unerlässlich, dass eine Regierung hinter den Unternehmen des eigenen Landes, hinter den Großkonzernen des eigenen Landes steht. Tja, diese Regierung tut es nicht. Eine Regierung gegen Menschen und Unternehmen und auch mit der Union in der Koalition würde sich nichts ändern, oder nicht viel. Das heißt, für uns die dritte Konsequenz, wir vermeiden DAX-Konzerne komplett. Da ist die politische Macht einfach dagegen. Man hat das Gefühl, dass unsere Regierungsvertreter eher eine Politik machen gegen die DAX-Konzerne, für ausländische Konzerne, für ausländische Industrien. Wir haben deutsche Unternehmen im Portfolio, selektiv Mittelständler, die sich auch in diesem Umfeld bewegen können, die unterhalb des Radarschirms der großen Politik sind. Also wir haben durchaus deutsche Unternehmen, aber wir haben kein DAX-Unternehmen mehr. Und auch wenn jetzt der letzte Monat und dieser Monat sehr gut waren für den DAX, erstaunlich gut, ist das für uns immer eine Zitterpartie. Mittel- bis langfristig sieht das nicht gut aus für deutsche Großunternehmen. Jetzt habe ich noch ein paar Investmentbeispiele für Sie, die wir im Max-Otto-Multiple machen. Und ich habe ja vor anderthalb Jahren komplett das Ruder übernommen wieder in meinen Fonds. Ich mache jede Investmententscheidung selber und habe natürlich Zuarbeit, aber treffe alle Entscheidungen selber. Die Ideen kommen auch meistens von mir. Also ist hundertprozentig Max-Otto drin. Und dieser Fonds ist eben in einem sicheren Land. Und wir haben mit der Lichtensteinischen Landesbank einen starken Partner. In Deutschland können Sie es auch zeichnen bei der Comdirect. Es ist ein sogenannter alternativer Investmentfonds. Das heißt, er hat etwas schwächere regulatorische Anforderungen. Wir können größere Positionen bis 25% in einen Titel gehen. Das machen wir nicht. Aber wir haben aktuell zum Beispiel 16% in Berkshire. Das geht in einem Publikumsfonds nicht. Wir können auch physische Edelmetalle und Silber in diesem Fonds machen. Die liegen im Safe der Bank. Das geht auch in einem Publikumsfonds nicht, weil die Bankenaufsicht gesagt hat, dass physische Edelmetalle riskant sind. Und da sehen Sie auch hier, wie Gesetze gemacht werden. Ich könnte also in einem Publikumsfonds ein Zertifikat auf Gold machen, ein Zertifikat auf Silber. Da würde die Bank wieder mitverdienen. Edelmetalle nicht. Also hier hat die Lobby sich auch selber wieder die Gesetze geschrieben. Im Max Otto Multiple haben wir physisches Gold und Silber. Wir haben eine faire Gebührenstruktur. Dazu später mehr. Und ich mache es selber. Und Sie können den in Euro und Schweizer Franken zeichnen. Wie sind wir ausgerichtet? Wie gesagt, vor allem im westlichen Einflussbereich. Vor allem große Titel. Wir haben fünf Säulen plus eine Sechste. Die Liquidität und die Edelmetalle. Also Liquidität und Edelmetalle wäre die sechste Säule oder die erste hier. Dann Big Tech. Bleiben wir dabei. Da habe ich eben was zu gesagt. Wir haben Markenartikler. Das sind so Dauerläufer. Wir sind relativ stark in Energie und Rohstoffen. Die haben jetzt dieses Jahr nicht sehr gut performt. Aber da gibt es gute Dividenden. Man wird fürs Warten bezahlt. Wir haben Spezialtitel. Wir haben Spezialtitel, also solide Mittelständler und einige sonstige Unternehmen. Und wir haben eine große Position von Berkshire, also Buffetts Holding. Wir sind weitgehend voll investiert. Jetzt habe ich ein Investmentbeispiel für Sie mitgebracht. Das ist dieses. Und wir haben investiert, das zeigt Ihnen eben, dass man nicht nach Charts gehen kann, sondern nach fundamentalen Gesichtspunkten, dass man schon seine Hausaufgaben machen muss. Wir haben investiert nach einem Kursplus von 11.800% in drei Jahren. Brutal viel, was da gelaufen ist. Und trotzdem haben wir da gekauft. Und dann ging es erstmal wieder ein bisschen runter. Und dann ging es weiter rauf. Und jetzt sehen Sie, gerade die letzten Tage geht das wie an der Fahnenstange hoch. Ja, was ist das für ein Unternehmen? Hier haben wir gekauft. Und das Ganze sind die Alpha Metallurgical Resources. Es ist der größte Kokskohlenminenbetreiber der USA. Und damit ist es Kokskohle, die für die Stahlherstellung gebraucht wird. Die Abbaugebiete liegen in Virginia und West Virginia. Das ist Coal Country. Das ist ein klassisches Kohlegebiet in den USA. Wir brauchen Kokskohle zur Stahlherstellung. Es gibt noch keine Alternativen. Und Stahl brauchen Sie für alles. Brauchen Sie natürlich für die Rüstungsindustrie. Brauchen Sie aber auch für die grüne Energiewende. Brauchen Sie für den Bau. Stahl ist immer noch unerlässlich in ganz vielem. Und der Stahlbedarf wächst. Der Kokskohlenbedarf wächst. Und die großen Produzenten, vor allem China und Indien, verschicken nichts mehr ins Ausland. Und Australien ein bisschen was. Aber da haben Sie natürlich die Frachtkosten dazu. Also wird dieser einheimische Kohleproduzent in den USA sich einer steigenden Nachfrage erfreuen. Nun gibt es bei Kohle natürlich auch diesen typischen Zyklus. Also es geht mal rauf, es geht mal etwas runter. Also die Preise steigen. Wir hatten schon Preise von 600. Jetzt sind wir eher wieder bei 200, 300. Aber dieser Zyklus hat sich natürlich auch nach oben verschoben durch die Inflation, durch die Knappheit. Also die Kokskohle wird nach unserem Ermessen auf Dauer nicht unter 200 sein. Und da ist das Unternehmen noch profitabel. Gut profitabel. Und wenn die Preise über 300, 400 steigen, dann macht das Unternehmen fantastische Gewinne. Wir haben jetzt erst gekauft im Oktober. Und seitdem, da ging es erst mal runter, das ist auch normal, wenn man kauft. Und seitdem haben wir schon 40% Kursanstieg. Das ist natürlich sehr erfreulich. Das macht sich dann auch in der Performance des Gesamtfonds auch bemerkbar. Insgesamt heißt das, dass wir an einem Tag gestern, gestern haben wir nämlich 8% Kursplus gehabt, 420.000 Dollar verdient haben in den beiden Fonds, wo die Aktie drin ist. Wir verkaufen aber nicht. Es kann durchaus sein, dass es hier eine Zwischenkorrektur gibt, aber wir sehen hier noch viel, viel Potenzial. Und wir haben da einen langen Atem. Selbst wenn es jetzt ein halbes Jahr korrigiert, bleiben wir drin in dieser Position. Insgesamt heißt es so, drei Jahre sollte man sich geben, bis eine Investmentthese aufgeht. Auch Gold, 22 ist es ganz gut, hat sich ganz gut entwickelt, dieses Jahr weniger. Aber Gold ist knapp. China, Russland kaufen weiter große Mengen auf. Irgendwann wird sich das durchschlagen. Gold ist weiter ein Bestandteil unserer Portfolios und natürlich auch Goldminenaktien. Und wenn Sie hier sehen, die Aktie ist etwas zurückgeblieben. Hier ist es Barrick Gold, hinter dem Preis. Und wenn der Preis steigt, haben wir eine überproportionale Erhöhung der Gewinne des Goldminenunternehmens. Und deswegen haben wir noch ein bisschen von Gold in die Aktien umgeschichtet. Aber wir halten Gold auch als stabilen Anker im Portfolio. Ja, politische Unsicherheit befördert natürlich einen Goldpreisanstieg. Und Zinsen, rückläufige Aktien, Anleihenrenditen würden Gold wieder attraktiv machen. Jetzt im Moment sieht es zwar so aus, als ob die Zinsen steigen. Aber das schreckt uns nicht, weil diese politischen Faktoren das Ganze dominieren. Da unten ist der Preis, wo wir eingestiegen sind beim Gold. Und wir sehen da noch lange nicht das Ende der Fahnenstangen. Wir bleiben dabei. Und wir haben sogar nachgekauft, auch in diesem Jahr noch zweimal. Microsoft ist so ein Dauerläufer. Und ich habe eben schon mal darüber gesprochen, Big Tech sind eigentlich immer gut gelaufen. Mit Ausnahme von Ende 2021 bis Herbst 2022. Da haben sie durchaus 30, 40 Prozent korrigiert. Meta, also Facebook sogar 60, 70 Prozent. Die anderen eben 30, 40 Prozent. Amazon 50 Prozent zwischenzeitlich. Aber das haben sie sehr schnell wieder aufgeholt, wenn man das hier bei Microsoft sieht. Und auch neue Höchststände erreicht. Denn einerseits werden die Großen größer. Und in diesem Jahr hat eben dann auch der KI-Hype gezündet. Und KI ist jetzt marktfähig. Das macht exponentielle Fortschritte. Und wer profitiert am meisten davon? Nicht die Start-ups, wo es entwickelt wird, sondern die Großen, wo KI dann in der Fläche angewendet wird. Das heißt, hier ist auch weiter Musik drin. Im Moment ist Microsoft etwas teuer. Mit einem KGV um die 37. Also es ist jetzt kein unbedingter Einstieg. Aber wir halten das Unternehmen weiter. Und da sind wir eingestiegen im Max-Otto-Multiple. Das war Mitte 2021. Und wir haben dann nach einem kurzen Anstieg auch eine längere Durchstrecke gehabt. Von November 2021 bis November 2022. Also von 350 in der Spitze auf 220 zurück. Also mal eben ein Drittel verloren. Etwas mehr sogar als ein Drittel. Das war schon schmerzhaft. Aber wir sind dabei geblieben, weil eben die langfristigen Aussichten gut sind. Und damit sind wir jetzt 40,5% im Plus. Plus Dividenden. Unsere größte Position ist nach wie vor Berkshire. Buffetts Holding. Und hier sieht man anhand von zwei Linien einmal den Kurs. Und das Goldene ist der faire Wert. Den berechnen wir so ungefähr nach der Methode, wie ihn Buffett berechnet. Ganz genau hat er es nicht beschrieben. Aber wenn man seine Geschäftsberichte aus den 90er Jahren, 95, 96, 97 studiert, dann kann man sich das etwas herleiten. Buffett, Berkshire besteht ja im Prinzip aus drei Dingen. Einmal der großen Liquiditätsposition von über 125 Milliarden sind in der Kasse, auf dem Konto oder in Anleihen. Dann das Investmentportfolio, die Aktien. Da wiederum Apple, die größte Position. Und dann über 60 Unternehmen, die Berkshire komplett gehören. Also ein operativer Unternehmensteil. Jetzt muss ich den Wert des Aktienportfolios bestimmen. Den Kassenbestandteil drauf addieren. Und den Wert des operativen Teils. Und dann bekomme ich auf einen fairen Wert. Und der ist im Moment bei 610.000 Dollar ungefähr. Die A-Aktie, der Kurs ist ungefähr bei 555.000 Dollar. Da sind also noch gut 10%, 15% Potenzial. Das ist nicht so viel. Aber Berkshire ist langfristig immer gestiegen. Es gibt auch, ich werde seit 15 Jahren gefragt, was passiert, seit 20, wenn Buffett mal nicht mehr da ist. Und da ich das immer gefragt wurde, habe ich mir dann überlegt, was ist denn die Gegenthese. Und dann heißt es, wenn Buffett nicht mehr da ist, fällt das, fällt die Aktie. Aber er hat für seine 60 operativen Unternehmen einen CEO, der das leiten wird, wenn er es nicht mehr macht. Und er hat vier Investmentmanager eingestellt, vor ungefähr 7, 8 Jahren, die schon mal trainieren und auch eigene kleine Portfolios managen dürfen. Das heißt, seine Nachfolge ist geregelt. Meine Gegenthese ist, Buffett tritt ab und die Märkte merken, dass Berkshire auch ohne Buffett läuft und es beginnt ein neuer Run auf die Aktie. Wenn Sie die A-Aktie nicht kaufen können, wollen, es gibt ja auch eine B-Aktie, die unterscheidet sich in nichts von der A-Aktie, außer dass sie ein Dreitausendstel gestückelt ist. Sprich, knapp 300 Dollar ist die B-Aktie im Moment im Preis, die kann man noch kaufen. Und es gibt noch eine Option bei Berkshire und deswegen haben wir da auch die größte Position. An der Börse sind nie Kursrückgänge, kurzfristige Krisen ausgeschlossen. Wir haben das mit Covid gesehen, da ging es dann sehr schnell wieder rauf. Aber es war ein massiver Einbruch, es war der kürzeste, der schnellste, massivste Einbruch aller Zeiten. In sechs Wochen 40 Prozent runter und so schnell ging es auch wieder rauf. Wenn so etwas nochmal kommt, dann kann Buffett richtig massiv investieren, denn er hat über 150 Milliarden da liegen und das Geld kann er sonst nicht investieren. Also er kann gar keine deutsche Bank kaufen. Die Marktkapitalisierung ist vielleicht 30 Milliarden, ich habe sie jetzt nicht im Kopf. Ein BMW mit 40, 50 Milliarden. Das kann er gar nicht kaufen, weil er gar nicht genug davon bekommt. Wenn Sie überlegen, die Gesamtmarktkapitalisierung von Berkshire ist 700, 800 Milliarden. Also er müsste 20, 30 Milliarden auf einen Schlag investieren, damit er überhaupt 2, 3 Prozent seines Portfolios investiert, damit es überhaupt einen Unterschied macht für seine Performance. Aber er kann nicht mal eben für 20, 30 Milliarden BMW-Aktien kaufen. Aber in einer Krise, und das hat Buffett immer wieder gezeigt, kann er zuschlagen. Da kann er diese massive Liquidität einsetzen, um günstig Aktien am Markt zu kaufen. Und damit hat Berkshire tatsächlich auch eine Versicherung drin oder eine zusätzliche Krisenoption. Deswegen ist es auch unsere größte Position. Nicht, weil im Moment das Kurssteigerungspotenzial, das ist zwar da, aber es ist jetzt nicht sehr hoch. Es ist kontinuierlich, sollte es weitergehen. Aber es gibt eben auch diese Option, wenn eine Krise kommt, dann dürfte Berkshire eine Sternstunde erleben. Da haben wir gekauft und sind schon ganz schön im Plus. Also wir haben die Aktie noch gar nicht so lange. Wir haben dann auch nochmal erhöht die Position. Und weil ich Ihnen eben gesagt habe, dass ich dann auch, als ich so oft darauf angesprochen wurde, was passiert mal, wenn Buffett antritt, dass ich dann auch die Gegenthese mir überlegt habe, möchte ich noch etwas zu Buffetts Partner sagen, Charlie Munger. Man hat ihn ja auch den armen Milliardär genannt im Vergleich zu Buffett. Die beiden waren wirklich ein unzertrennliches Duo seit den 70er Jahren. Da war Buffett aber schon Mitte 14 auch schon sehr vermögend. Munger ist ja ein paar Jahre älter als Buffett gewesen und er ist jetzt gerade gestorben. Er ist 99 Jahre alt geworden. Er ist ein Deutschland-Fan gewesen, hat immer deutsches Ingenieurwissen hochgeschätzt. Und Munger hat gesagt, man muss die kleinen Fehler vermeiden. Buffett hat durch ihn zum Beispiel gelernt, in Wachstumsunternehmen mehr zu investieren. Also nicht nur in unterbewertete Bilanz, sondern wirklich in Unternehmen, die langfristig Wachstumsperspektiven haben. Und sein Motto war Always Invert, immer die Gegenthese beachten. Also nicht, warum war ich so gut und es ist ja toll, dass es so läuft und wie läuft es gut weiter, sondern was könnte passieren, wenn es anders läuft. Ich muss mir diese Gegenthese überlegen. Und wenn ich das mache als Investor, denn ich muss natürlich auch auf der Defensive gut sein, dann bin ich auf dem richtigen Weg zum Investor. Always Invert, der Leitspruch von Charlie Munger, und er ist vor wenigen Wochen, Tagen verstorben, er war wirklich jemand, der die Investment-Szene maßgeblich beeinflusst hat. Ja, mit diesen Grundsätzen sind wir in diesem Jahr sehr gut gelaufen. Wir haben über 21% und die anderen Indizes, hier haben wir den Stocks Europe, den MSCI Europe, den DAX, den S&P 500. Wir haben sie alle geschlagen, zumindest mal seit Jahresbeginn. Das freut uns, aber die Börse ist ein Langstreckenlauf. Im Jahr 2022 sah es bei uns nicht so gut aus. Da haben wir mit dem Markt verloren, da haben wir also Minus gemacht. Das kommt auch vor, die Börse schwankt, aber dieses Jahr war es sehr gut. Ich hoffe natürlich, dass ich Ihnen nächstes Jahr um die Zeit ein ähnlich gutes oder auch ein gutes Ergebnis präsentieren kann. Und das wird auch draußen bemerkt. Das Multifamily Office Breitenbach von Schliefen hat unseren PI Vermögensbildungsfonds als besten Fonds unter 94 Fonds identifiziert, bis Ende September, mit einer Performance von 16%. Jetzt sind wir, wie gesagt, noch ein bisschen weiter und haben weitere Performance gehabt. Und das war ein Wettbewerb zu den ganz Großen, also Blackrock, Templeton, Flosper von Storch, Akatis, Julius Baer, Sarrazin. Die haben wir in dem Zeitraum geschlagen. Das freut mich sehr, aber Börse ist, wie gesagt, ein Langstreckenlauf. Das ist eine dauerhafte Verpflichtung. Von daher, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, wie ein Bundestrainer mal gesagt hat. Was heißt das für den Max-Otto-Multiple? Der Max-Otto-Multiple ist da nicht drin gewesen in diesem Vergleich, aber er hat noch etwas besser performt. Also in diesem Zeitraum war der PI Vermögensbildungsfonds, der als bester Fonds identifiziert wurde, bei 16,10 und der Max-Otto-Multiple sogar bei 17,06. Den Max-Otto-Multiple gibt es seit Oktober 2016. Wir sind knapp 40% vorne, natürlich auch mit Schwankungen. Sie sehen da Zacken. Wir haben auf monatliche Kursfeststellung umgestellt. Wir wollen da auch Ruhe reinbringen. Vorher hatten wir dreimonatliche Kursfeststellung. Ich glaube, monatlich ist ein guter Kompromiss. Also einmal im Monat wird von der Fondsgesellschaft der Wert festgestellt. Einmal im Monat können Sie rein und raus. Und damit kommt auch Ruhe rein. Da sind die Tagesschwankungen aus dem Fonds raus. Ja, ein Ergebnis, mit dem ich für dieses Jahr sehr zufrieden bin. Das ist aber auch anspornende Verpflichtung für das nächste Jahr. Wir haben eine faire und transparente Gebührenstruktur. Wir haben 0,6% laufende Gebühren, was sehr niedrig ist. Also damit können wir eigentlich nur unsere Kosten abdecken. Wir haben dann 15% Performance-Fee. Das heißt, bei 0% oder negativen Performance haben wir diese 0,6 Belastung. Bei 5% sind wir dann bei 1,35 Gesamtbelastung. Bei 10% Rendite für Sie wären wir bei 2,1% Gesamtbelastung, was einem Aktienfonds im oberen Mittelfeld gebührenmäßig entspricht. Aber da müssen wir schon 10% Performance machen. Bei 12% wären wir bei 2,4%. Was dabei auch noch wichtig ist, ist, dass wir eine High-Water-Mark haben. Hier sehen Sie also, dass der Fonds schon mal bei 1,600 stand. Diese Performance-Fee zählt erst, wenn wir einen neuen Höchststand erreicht haben. Also ab 1,600 gibt es dann wieder Performance-Fee. Das heißt, das ganze Aufholjagd jetzt, wenn Sie jetzt investieren, zahlen Sie keine Performance-Fee, bis Sie bei 1,600 sind. Ja, Philipp Schäferhoff steht Ihnen für alle Fragen zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob wir im Chat Fragen bekommen haben. Geben Sie mal ein paar durch. Jetzt sind wir in den Fragen. Ich habe ja einiges an Fragen bekommen. Und einiges ist politisch. Buffett ist ein guter Freund von Bill Gates und Bill Clinton. Der würde einen Max Otto nicht mal mit den Hintern anschauen, wenn der wüsste, wofür sie stehen. Das glaube ich so nicht, denn Investoren, also Buffett ist vor allem Investor, da haben wir eine Ebene, wir haben uns auch schon mal begrüßt. Die Freundschaft zu Bill Gates ist sicherlich etwas abgekühlt, weil Bill Gates aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist. Ich glaube, die Freundschaft zu Bill Gates ist etwas abgekühlt, weil Bill Gates im Aufsichtsrat war und dann ausgeschieden ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch sehr eng ist und zu Bill Clinton kann ich es mir auch nicht vorstellen. Buffett ist allerdings von den politischen Sympathien her Demokrat, weil er Atheist ist und weil er zum Beispiel für Abtreibung ist. Er ist für mehr Steuern, für eine höhere Sozialpolitik. Also er hat im Prinzip politische Neigungen wie früher die Democrats, aber ob er für den Krieg ist, das weiß ich nicht. Kann man ein Tagesgeldkonto in Dichtenstein öffnen? Ja, natürlich. Die LLB, der Herr Schäferhoff hilft Ihnen gerne weiter. Was spricht gegen DAX-Konzernen, also wir machen jetzt so weiter, was spricht gegen DAX-Konzernen, die ihre Umsätze hauptsächlich im Ausland generieren und zudem nur noch 20% ihrer Mitarbeiter in Deutschland beschäftigen? Sicherlich, das ist eine gute Überlegung, kann man auch machen. Also es gibt durchaus von den 40 DAX-Unternehmen 5, 6, 7, die man sich anschauen kann. Aber letztlich, und was ja noch dazu kommt, ist, dass BlackRock überall fast größter Einzelaktionär ist und da spricht also relativ wenig dagegen. Aber letztlich ist es natürlich auch so, dass die Unternehmen eine Macht braucht, die sie stützt, also eine Politik, die sie stützt. Und solange sie in Deutschland sind, werden sie immer auch gegen amerikanische Unternehmen konkurrieren. Und diese amerikanischen Unternehmen haben im Zweifelsfalle die amerikanische Politik, die sie stützt. Tagesgeldkonto in Dichtenstein, haben wir schon gesagt. Ja, kann man machen. Bitte nehmen Sie Stellung zur eurasischen Idee. Ja, das ist mir zu weit. Wir haben hier ein Investmentseminar. Das wäre eine tolle Idee, aber wir sehen eher, dass Europa an Amerika gekoppelt wird. Stehen Sie in der Kontaktliste von Markus Krall und wurden Sie vom Verfassungsschutz angerufen? Ich habe einen engen Kontakt zu Markus Krall. Ich wurde nicht vom Verfassungsschutz angerufen. Sehen Sie Investmentchancen in den Emerging Markets, wie zum Beispiel Südostasien, Ex-China und Lateinamerika? Ja, natürlich. Also solange das eindeutig westlicher Einflussbereich ist. Aber bei Märkten ist es so wie bei jungen Börsenmärkten, da sehr viel Unruhe ist. Wir machen also keine Start-ups. Wir machen keine ganz jungen Firmen. Die Firmen sollten schon Geld verdienen. Dann ist die Brechenbarkeit höher. Also ganz selektiv gucken wir uns auch Emerging Markets an. In Lateinamerika kenne ich ein bisschen, das kann man machen, aber die überwiegende Zahl sollte wirklich aus Reifenmärkten sein. Die jungen Märkte wachsen, ja, aber das Geld wird dann eher von Insidern verdient. Und unsere eigenen Märkte kennen wir besser und auch hier können wir Geld verdienen. Also bleiben wir in Europa, in den USA, in Japan überwiegend tätig. Was stehen Sie dazu, Aktien bei hohen Kursen zum Teil abzustoßen, bei tiefen Kursen weiter zuzukaufen? Aus Ihrer Präsentation ist nicht erkennbar, dass Sie das systematisch tun. Nein, tun wir auch nicht systematisch. Wir behalten lieber Top-Unternehmen, die sich langfristig gut entwickeln, auf Dauer. Denn die schlimmsten Fehler, die ich gemacht habe, waren gute Unternehmen zu verkaufen, wenn ich geglaubt habe, dass sie teuer sind, zu hoch sind und dann nicht mehr dabei zu sein. Amazon hatte ich im Herbst, November 1998, habe sie bei 100% verkauft und ich habe Zehntausende von Prozent an Kurssteigerung verpasst. Die Position war damals 80.000 Dollar, sie haben heute 3 Millionen Dollar. Lieber Top-Aktien finden und dann diese behalten. Auch die Alpha Metallurgical, die haben wir nach 12.600% plus gekauft und wir werden sie weiter behalten. Manchmal kann man das natürlich, manchmal wird es natürlich nicht funktionieren oder manchmal kann man auch kaufen, zum Beispiel Nestle. Wenn Sie da einsteigen, die haben jetzt seitwärts, wenn die weiter fallen, dann kann man ja so eine Position akkumulieren. Aber grundsätzlich machen wir das nicht bei hohen Kursen. Wann ist ein hoher Kurs? Zarkos Energy Navigation, Öl-Gastanker, spezifische Branche? Ja, braucht man natürlich sehr viel Fachwissen. Und seitdem ich das Ruder wieder übernommen habe, setzen wir mehr auf Standardtitel und gehen nicht so sehr in die Spezialtitel, denn Standardtitel sind letztlich stressfreier. Anglo American, ja, warum nicht, ist nicht uninteressant. Auch Franco Nevada ist nicht uninteressant. Das sind Edelmetallunternehmen, die man gut machen kann. Sie haben heute wiederholt auf die hohen Zinsen Bezug genommen und hat das Zinsniveau erhebliche Absenkungen erfahren. Wird diese Entwicklung, dieser Trend aus Ihrer Sicht Bestand haben oder gar noch Fortsetzung? Also jetzt haben wir natürlich den Gaza-Krieg, wir haben krisenhafte Entwicklungen. Da haben die Notenbanken nochmal eingegriffen. Grundsätzlich ist Druck auf den Zinsen, weil wir auch Inflation haben. Also die Zinsen müssen mittelfristig wieder etwas steigen, aus meiner Sicht. Man wird sie aber nicht in extrem hohe Zinsen laufen lassen. Das können sich die Notenbanken auch nicht leisten. Dann müssen sie zu viel Anleihen abschreiben. Also ich denke, dass wir wie in den 70ern relativ hohe Zinsen mittelfristig haben werden. Keine Explosion der Zinsen, auch keine langfristige Absenkung. Das war jetzt eine derzeitige Absenkung, die bleibt vielleicht auch noch eine Weile. Aber wir machen auch keine Zinsspekulationen, sondern wir wollen, dass unsere Titel relativ robust sind gegen Zinsveränderungen. Welche Erträge in Ihren Fonds werden von der Depotbank besteuert? Das ist ja der Vorteil an einem Fonds, dass Sie handeln können, ohne dass Sie auf Gewinne oder Dividenden besteuert werden. Das ist ja im Sondervermögen. Das wird erst dann besteuert, wenn Sie den Fondsanteil mit Gewinnen verkaufen. Die Mindestanlage im Max Otto Multiple ist in Deutschland normalerweise 100.000. Sie können aber bei Comdirect und anderen auch für 20.000, 30.000 einsteigen. In Lichtenstein ist die Mindestanlage sowieso nur 25.000. Hier steht, stimmt doch gar nicht, Buffett ist doch in der Stiftung von Gates involviert. Buffett ist nicht involviert. Buffett hat sein Vermögen an Gates gestiftet vor über 10 Jahren, weil er gesagt hat, der kann das besser als ich. Gates war im Aufsichtsrat von Berkshire und da hatte Buffett große Hoffnungen und da ist Gates ausgestiegen. Also dann konnte ich das hoffentlich korrigieren. Sehr geehrter Herr Otte, sind Goldmünzen oder Goldbarren die richtige Wahl? Ich würde sagen Münzen und Barren. Aber schätzt beiseite, natürlich fängt man mit ein paar Münzen an. Man hat auch ein paar Münzen, aber meine Lieblingsanlage sind Kilobarren. Die sind noch handlich und da sind die Handelsspannen dann auch geringer und so weiter. Was passiert bei einer Vermögensabgabe mit Fonds? Ich halte die Fonds, also Aktienfonds und so weiter für relativ sicher. Man weiß nicht, ob auch da eine Vermögensanlage kommen wird, aber wo sie sicher kommen wird, ist bei Immobilien, bei Sachen wo sie erpressbar sind. Die Finanzbranche hat eine gute Lobby, auch die großen Kapitalsammelstellen. Das heißt, dass politisch es die Fonds, wenn, dann am letzten trifft. Also ich halte sie für relativ gefeit gegen eine Vermögensabgabe, aber garantieren kann ich sie nicht. Inwiefern hat Deutschland Zugriff auf Depots, Konten in Lichtenstein und wie verhält sich dies bei Einlagen in Schweizer Franken? Deutschland hat keinen direkten Zugriff auf Depots und Konten in Lichtenstein. Also sie können theoretisch hin und da abheben, wenn was ist. Lichtenstein ist Teil des europäischen Wirtschaftsraums, aber nicht Teil der EU. Das heißt, sie haben relativ leichten Zugriff und deutsche Behörden müssten ein Amtshilfeverfahren anstrengen, um dann Einsicht oder Zugriff zu haben. Das würde dann passieren, das dauert aber. Das heißt, sie haben eine Warnzeit. Mit wie viel Euro kann man in den Fonds einsteigen? In den Publikumsfonds, im PI Vermögensbildungsfonds, ab 100 Euro ist ein Anteil. Den können Sie auch tagesaktuell kaufen und verkaufen. Den Max Otto Multiple offiziell ab 100.000 Euro, weil er für kleinere Privatanleger in Deutschland nicht zugelassen ist. In Lichtenstein ist er zugelassen. In Lichtenstein kriegen Sie ihn ab 25.000 Euro Mindesteinlage. In Deutschland bei Comdirect auch für 20.000, 30.000 ist es auch möglich. Was halten Sie von BlackRock als Investment? Haben wir uns nicht angeschaut. Ist aber natürlich eine unglaublich mächtige Firma. Könnte man sich sicherlich anschauen. Hallo ihr Lieben, ich würde gerne erfahren, wie Buffett seine Milliardenreserven als freie Liquidität sichert, wenn nicht gerade am Aktienmarkt. Da kauft er meistens amerikanische kurzlaufende Staatsanleihen. Das reicht ihm. Er hat ein großes Vertrauen in die USA. Die USA haben 19, 1945 sämtliches deutsches Vermögen in den USA enteignet, Patente geraubt. Ich dachte, deutscher Aktienbesitz bei US-Gesellschaften wird demnächst wieder enteignet. North Stream war ein Vorgeplänkel. Bin uralt und habe viel Geschichte erlebt. Den letzten Satz lese ich jetzt nicht unbedingt mit. Ich glaube nicht, dass deutsches Aktienbesitz enteignet wird. Deutschland wird ja anderweitig zur Kasse gebeten. Eben durch North Stream, eben durch die Militärausgaben, eben indem wir amerikanische Militärausgaben übernehmen. Und so weiter und so fort. Und Patente gehen natürlich auch ständig nach Amerika. Gute Leute. Aber ich glaube nicht, dass uns da eine Enteignung seitens der USA droht. Bayer und BASF. Bayer ist durch die Monsanto-Übernahme etwas am Wackeln. BASF ist interessant. Das sind so DAX-Konzerne, die man sich anschauen kann. Aber wie gesagt, wir haben keine DAX-Konzerne. Hier steht Buffett verkauft Chevron-Aktien. Sollte man trotzdem Chevron halten? Ja, man kann Chevron halten. Wir sehen viel Potenzial im Ölsektor. Das habe ich öfter auch schon erläutert, weil die Förderkapazitäten in den letzten 15 Jahren nicht wirklich ausgebaut wurden im Zuge der schon beginnenden grünen Energiewende. Aber der Bedarf steigt. Wie schätzen Sie die Entwicklung von Meta ein? Meta haben wir nicht dabei, weil Meta im Vergleich zu Amazon und Alphabet und Apple und Microsoft das schwächere Geschäftsmodell hat. Meta ist ein Wackelkandidat. Man hätte natürlich nach dem brutalen Absturz einsteigen können, hätte kurzfristig viel Geld verdient. Meta haben wir nicht bei unserem Big Tech dabei. Warum haben sich die Goldminenaktien dieses Jahr viel schlechter als der Goldpreis entwickelt? Das ist mal so oder so. Kurzfristig kann Ihnen das keiner sagen. Was natürlich auch passiert, bei steigenden Energiekosten steigen auch die Förderkosten. Aber wenn Sie jetzt zurückgeblieben sind, wir haben dann eben etwas Gold verkauft und in Goldaktien umgeschichtet, weil sich das natürlich irgendwann wieder ausgleicht. In der Vorschau zu diesem Webinar deuteten Sie an, dass Sie das Thema einer neuen Pandemie ansprechen wollen. Vielleicht können Sie noch dazu Ihre Einschätzung erläutern. Vielen Dank, alles Gute. Also es wird ja schon wieder kräftig Alarm geschlagen. In den USA war ein Senator hat gesagt, in China gibt es ein neues Virus, wir dürfen keine Reise mehr nach China zulassen, kein Warenverkehr. Also die Pandemie wird weiter versucht zu pushen. Keine Ahnung, was da wieder kommt. Und dann hat man natürlich wieder Grund, neue Auflagen zu starten, die Schrauben enger zu drehen und so weiter. Das Thema ist nicht vom Tisch. Aber es spielt in das allgemeine Thema der zunehmenden Staatswirtschaft, der zunehmenden staatlichen Lenkung hinein, mit dem wir uns als Investoren abfinden müssen. Jetzt machen wir noch vier Fragen. Wie stehen Sie zum Aktien aus dem ATX? Guckt man sich immer mal wieder gerne an. Kann man machen? Kann ich mit Schweizer Franken in Lichtenstein Max Otto Multiple investieren? Ja, es gibt eine Tranche in Euro und eine Tranche in Franken. Und der Schäferhof, wie gesagt, hilft Ihnen gern. Rechnen Sie nächstes Jahr mit einem größeren Rücksetzer. Wie gesagt, wir investieren langfristig. Ich kann Ihnen nicht sagen, was die Börse mittelfristig macht. Es würde mich nicht überraschen, wenn Big Tech, die jetzt sehr gut gelaufen sind, ein Stück zurückkommen. Deswegen bleiben wir trotzdem drin. Es gibt viele, viele andere Aktien, die noch billig sind. Die Energieaktien haben nicht viel gemacht. Die Goldminen haben nicht viel gemacht. Also von daher, wir haben lieber Aktien, die wir langfristig halten, ob Rücksetzer kommen oder nicht. Für einen Einstieg wäre meine Empfehlung, wenn Sie einsteigen, dann steigen Sie mit 40% oder was ein und nehmen Sie zwei weitere Tranchen zu, je 30%, die Sie dann in 6 und 12 Monaten oder 8 und 16 Monaten dann investieren. Dann haben Sie Cost Averaging, dann haben Sie einen durchschnittlichen Eintrittskosten. Aber ganz von der Börse wegzubleiben ist die schlechteste Strategie, weil sie immer sich anders entwickeln kann. Sie sollten mit einem Bein immer drin sein und nie ganz rausgehen. Hier ist eine ähnliche Frage. Gehen Sie im nächsten Jahr von einer steigenden Börse aus? Ich weiß, dass ich die Titel und die Vermögensanlagen, die ich drin habe, dass die ihr Geld wert sind und dass die Potenzial haben. Und das ist meine Basis. Ob die Börse dann im nächsten Jahr steigt oder nicht, das weiß ich nicht. Das kann Ihnen auch keiner realistisch sagen. Und darauf basiere ich auch nicht meine Investmententscheidungen. Wie ist Ihre Einschätzung zur Zinssenkung in den USA nächstes Jahr und zum Soft Landing? Ja, wir haben ein Landing, aber wir haben diese Transformation in ein neues, mehr staatswirtschaftliches System. Das heißt, dann wird es natürlich nicht so stark einbrechen. Wir haben dann ein Einfrieren der Märkte. Wir haben dann andere Probleme. Was halten Sie von der Aktie 3M oder Dana her? Zwei hervorragende Titel. 3M ist auch jetzt schön gefallen. Da kann man sich durchaus mal was überlegen. Dana her ist ein super Unternehmen. Da habe ich jetzt die aktuellen Bewertungskennzahlen nicht, aber grundsätzlich sind beides tolle Titel. Ist der 3D-Druck, zum Beispiel 3D-Systems für Sie interessant? Nein. Das ist dasselbe wie bei der KI. Das wird dann interessant, wenn es im großen Umfang von großen Unternehmen eingesetzt wird. Die Technologie beginnt sich zu entwickeln. Vielleicht sind wir mittlerweile schon weiter. Ehrlich gesagt haben wir es uns vor zwei Jahren zum letzten Mal angeschaut. Ich nehme das als Anstoß, jetzt mal wieder reinzuschauen, wie weit die Technologie gekommen ist. Wenn man Aktien von den Global Playern kauft, unterstützt man doch deren Agenda und die Verteilung nach Reich, beziehungsweise der Macht und Einfluss von den Superreichen steigt doch weiter. Oder sehe ich das falsch? Da ist was dran, aber Sie können durch Ihren Kauf eben da nichts verändern. Was wir nicht machen, wir haben Grundsätze. Wir machen keine Rüstung, wir machen keine Pharma. Sonst sind wir dabei. Sie fahren ja auch Auto. Also dann nutzen Sie auch das Öl von Großkonzernen. Sie nutzen wahrscheinlich auch Microsoft. Sie werden irgendein Banking benutzen. Also das ist dann scheinheilig, wenn ich sage, ich mache das als Produkt, aber ich mache die Aktie nicht. Plus, wenn Sie die Aktie haben, können Sie theoretisch natürlich auf der Hauptversammlung auch Ihre Stimme erheben. Eine Änderung kann erst dann erfolgen, wenn die Politik sich ändert. Aber dass wir da was ändern, in der Form, das sehe ich nicht. Uranaktien, Cameco, sehr gut. Ja, wir haben eine Uranaktie im Portfolio, das ist Yellow Cake. Da stehen wir 80% vorne. Die ist uns etwas sicherer als Cameco. Kasatomprom, der größte Uranproduzent der Welt in Kasachstan, ist natürlich auch eine tolle Aktie. Da gibt es aber politische Risiken. Also Uranaktien, der Zug ist noch lange nicht abgefahren. Die zwei machen wir noch. Das sind eher politische Fragen. Markus Krall beabsichtigt mit weiteren Personen die Gründung einer eigenen Partei. Haben Sie hier politische Ambitionen? Nein, ich habe gesagt, dass mit meiner Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten politisch, parteipolitisch, das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Wenn Sie für dieses überparteiliche Amt kandidiert haben, dann sind Sie in gewisser Weise überparteilich. Dann finde ich, es wäre ein Bruch der Etikette, zurückzugehen in die Parteipolitik. Und die letzte Frage. Was wird denn, Gott möge verhüten, wenn Ihnen etwas zustößt? Ich schätze Sie persönlich sehr, wegen Ihrer Vaterlandsliebe, Hambacher Fest und so weiter. Vielen Dank dafür erst mal. Ja, wenn mir etwas zustößt, dann sind die Fonds da. Ja, dann werden Sie das mitbekommen und dann können Sie die Fonds verkaufen. Die Aktien, die Fonds verlieren ja deswegen nicht an Wert. Wir machen ja nicht ständig Transaktionen. Also die Aktien, die Vermögensgegenstände sind ja drin. Und dann geben Sie Ihre Fondsanteile zurück. Und dann wird der Fonds abgewickelt oder auch nicht, wenn er weiterläuft mit einem neuen Manager. Also für mich wäre das natürlich nicht schön. Aber bei den Fonds können Sie dann in Ruhe entscheiden, ob Sie aussteigen oder ob Sie drinbleiben wollen. Von daher bedanke ich mich für die vielen Fragen. Und für die, hier unten steht noch, wie wird die Ereignungswelle Ihrer Erfahrung nach ablaufen? Wird es auch den kleinen Familienvater mit Einfamilienhaus treffen? Ja, genau den trifft es doch leider. Einfamilienhaus ist die liebste Kapitalanlage der Deutschen. Da werden Sie ja jetzt schon durch die rot-grüne Politik geschröpft. Und mit einem Einfamilienhaus sind Sie immobil. Ich habe die letzten 10, 12 Jahre immer gegen das Einfamilienhaus argumentiert. Wenn dann eine fremdvermietete Wohnung selber zur Miete wohnen. Natürlich hat ein Einfamilienhaus Lebensqualität. Aber es ist zum Vermögensaufbau nicht mehr geeignet. Das muss man einfach so wissen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass Sie in so zahlreicher Zahl dabei waren. Ich wünsche Ihnen frohe Festtage, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Und wir sehen uns wieder im neuen Jahr. Ihr Max Otte. Mein Name ist Philipp Schäferhoff. Ich bin seit 2013 im Unternehmen von Prof. Dr. Max Otte als Vertriebsleiter tätig. Und Ihr Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Fonds. Ich bin seit 2013 im Unternehmen von Prof. Dr. Max Otte als Vertriebsleiter tätig.